Ich habe Conqueror Nami, ich habe Tenacity, das ist ganz gut gegen die beiden. Ich habe diesen Sudden Impact auch drin, also das kann ich nur mit Flash kombinieren. Sudden Impact. Außer das Ruhensystem ist so schlau, dass es wegnimmt. Oder vielleicht zählt mein Movement Speed auch als Sudden Impact. Ja, das ist natürlich, das tut mir leid. Ja, das habe ich noch nicht das Gefühl, dass ihr das leid tut, aber das wird mir noch leid tun, sobald wir hier nämlich auf der Lane sind. Maxim, wir bleiben hier. Ah, du nimmst den Red Buff oder was? Ich nehme den Red Buff, aber ich nehme ihn nicht nur, ich steal ihn. Was hast du auf Level 1 gespielt? Noch nicht. Was willst du? Wie ist der hier? Willst du den hier? Ja, oder? W ist doch auch Damage, oder? Ein bisschen. Der kann auch beides. Aber Q ist besser, wenn du eine Damage willst. Aber das andere ist Point & Click. Ja, Point & Click klingt gut. Okay, aber es macht null Damage. Ich kann ihn ja hier behalten, wenn du den wirfst, kann ich ihn babbeln. Ja, ja, das Bubble hilft schon gar nichts. Klar. Was schaffen wir das? Wir kriegen den nicht gekillt. Du hast ihn zu früh genommen, ne? So. Wo ist denn die Zyra? Da ist die Zyra. Da ist die Zyra. Die hat einen Kometen um sich drohen. Boah, starker Wurf, Alter. Ja, mein Wurf ist gut. Auch stark. Du hast Wasser geworfen. Ich habe Wasser geworfen, aber wurde leider auch geroodet. So, Zyra hat er aufgebufft, ne? Die hat jetzt... Alter, die Pflanze! Wo kam die denn her? Alter, was machst du? Du bist ja einfach nur Dirk Nowitzki. Das sah überhaupt nicht so aus. Oh, hast du gesehen, wie es die Zeit sind? Ja, mega gut. Oh, drei Gold ist für mich. Der Gott. Jesus, bejesus. Ja, okay. Die, 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 die Wave hat mich. Die Wave hat mich. Bim, wir wenden. Ja, ich bin so. Deswegen, Alter, die Combo. Ich will auch nicht schneiden können, wenn ich tot gewesen habe. Aber das war mir jetzt auch ein bisschen zerstört. Ich wollte jetzt vier. Ich habe vorne flashen und die beiden killen. Ja, komm. Blessing! Blessing ist drauf, Auto, Taxi! Oh! Ah, da! Mein Heal! Oh, ich habe zweimal... Ich habe einfach zweimal dieses Drehupfding bekommen. Das Minion hat mich einfach gekillt. So, das war giga-close. Hey, kannst du mir jetzt bitte helfen, zu pushen? Hey, kein Mana, der hat jetzt aufs Minion verbraucht. Was soll ich eigentlich pushen damit, oder? Ja. Der Rest kostet 60 Mana. Wer ist denn so drunk gewesen? Ja, Blessing. Oh! Chiminy! Ich habe Blessing. Ja, ich habe nichts. Ich habe 20 Mana. Komm, komm her! Ja, wie? Wenn er flasht, bin ich dead. Ja, ja. Immer noch kein Mana. Okay, raus. Puh! Mann, wir hatten die Kiel. Ich habe keine... Pass auf! L-W-A-Beam! Ich habe jetzt einen Spell. Hier. Wenn du Aerie dabei hättest, ne? Aerie, sei froh, dass Conqueror hat er. Na, dann los. Blessing, go. Ich habe Misses. Jetzt kommt die Nami! Geh nach Hause! Ja, was ist los? Nee! Oh, ich finde, ich werde immer noch gechased. Einer der 4 HP. Mach ich jetzt mein E auf mich drauf, oder? Was ist denn bei dem los? Hätte ich 120 Mana nicht zurückgeschlagen. Aber ich habe keinen Mana! Ich kann dir das geben. Yay! Double Movement Speed! Oh mein Gott! Oh, der kommt ja auf die Lane und du hast schon wieder keinen Mana mehr. Das ist so, wie ich da vorstelle in der Zweifel... Es kostet 60, 70, 65. Wer soll sich das... Ich muss mir eine Träne holen. Das ist unpayable. Unpayable? Nami ist offiziell unpayable, Leute. Das ist halt so. Wollen wir mal schnell durchpushen? Du redest mit Nami. Aber ich kann nicht blessen. Der klasse Bless-Push. Lösch die Pflanzen! Gibst du mir jetzt ein Blessing, sonst fände ich dir einfach Solo. Oh, Johnny. Dann halt ohne dich. Nein! Ja! Power Play! Ich geh fix-base, ne? Oh, nee, nein! Jetzt hast du schon wieder keinen Mana mehr, ne? Ich regenerier mich jetzt. Dann machen wir eine schöne Nami-Ult-Wave-Engage. Okay? Na gut. Attacke. Du hast da was über den Kopf. Easy! Vor dem Deckel, die können das clear. Jetzt! Alter, der Klatsch. Oh, der Klatsch. Scheiße, Ult, Ult. Ult? Alter, das ist einfach Sinjiao mit Fisch. Flash-Ghost-Ignite-Heal. Und die Quinn. Die gefeadet ist. Was machen die Top-Liner aktuell? Ich verstehe gar nicht, warum die überhaupt mitspielen. Oh, da ist eine Quinn im Busch. Da ist eine Quinn im Busch. Wirklich von der Zweiten. Was war... Achso. Hä? Ich glaube, in dem Busch war die Quinn. Ah, jejei. Ja. Wo bist du hin? Ja, ich bin tot. Ich habe noch Redemption, aber du, zu schnell kommt das niemals. Das wäre es gewesen, ne? Oh, wenn ich da ein Blessing gehabt hätte, ne? Ja, aber du... Du hast ja auch nichts gemacht, was mir geholfen hat. Nee, ich wollte dir... Also, ich dachte, für meinen Supporter blocke, der ihm vor der Cape Man Uth weggeflasht ist. Weggeflasht? Das wurde nasset. Mein Fisch ist wirklich helftvoll. Hey, 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 hey. Ich habe jetzt eh auf dich gemacht, der hat die Kugeln geflogen kam. Geh, base. Nee, ich kill noch den Watt hier oben. Oh, ich bin dead. Oh, Alter, ich habe ihn outplayed. Oh, nee, da... Bro, der hat alles raus! Ich habe keine Schuhe. Gigaschlau. Alter, wenn ich dich am Leben halte... Bist du in dem Moment, wo du dann mit meinem Heel geplatzt bist? Also, du darfst auf jeden Fall nicht in den Roo, da kann ich nichts machen. Ich blesse ihn. Mal erst... Ich glaube, Johnny ist gerade gegen den Internetkasten geflogen. Na, wenn ich Tab drücke, möchte ich einfach nur weinen. Aber da kriegen wir hin. Wo bist du denn? Wo ich bin? Wo bist du denn? Du musst doch zu mir kommen, oder verstehe ich jetzt? Ich glaube, das ist falsch. Nee, du verstehst es falsch. Oh, Queen, 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 Queen. Alter, die Queen hat mich gerade angesprochen. Ich habe zwei Dritte meiner AP-Führung. Das war nur durch den Sprung. Gibt es sehr gesund aus, was da passiert. Das ist gerade... Ich habe 1100 Damage-Führung. Äh, ja, schwierig, ne? Aber sei doch einfach da, wo ich bin. Vielleicht kriegen wir da ja was hin. Ja. Ja, das wird ja. Also, lass mal raus. Ja, das wird ja wie Richtgras bekommen, oder? Ja, das war gut von dir. Schlecht von mir. Ich dachte doch nicht, dass der so aggressiv ist und einfach in uns reingeht. Du musst immer davon ausgehen, dass er 6-1 steht. Oh ja, bürst ihn. Bürst ihn, dann. Bürste. Okay, wenn du bis dahin... Genau. Komm, wir essen hier was. So in der Ernährung. Bubble me down to heaven! Oh, fass mich nicht an, du Bitch! Woo! Still alive. Still alive, Alter, aufzubrennen! Oh, holy shit. Fische sind doch... Kriegen doch weniger Damage gegen Feuer, dachte ich. Oh, das ist doch close. Aber easy. Schwierig. Ein bisschen schwindelig waren wir jetzt gerade. Ja, das haben wir easy geschafft. Guck mal, du bist jetzt Level-Aved. Ja, also easy. Oh, wie ballsy. Warte, warte, warte. Wir warten auf Spins. Wir lassen ihn sterben, wir lassen ihn sterben. Oh, ich hab dich geblasst. Und, ey, das war ein Bounce. Johnny, das war ein Bounce. Oh, der Slow, oh shit. Redemption. Gib mir Kraft. Don't touch me. Ah, der hier kam nicht mehr durch. Was macht der Ringer da? Der Ringer da, gute Frage. Du hast Lessing drauf, ne? Du musst jetzt auf jeden Fall töten. Ah, keine Wünsche. Johnny, wir sind alone. Das ist das Szenario, was uns beide gewünscht haben. Phoenix, blocken, blocken, blocken. Ich wollte blocken, ich bin direkt vor sie gegangen, aber da war, ich bin hier geklippt an der Ecke. Ich hab aber auch ein bisschen hart versagt, muss man sagen, an einigen Stellen. Ich hab wirklich alle, wir müssen näher zusammen sein. Ich hab kurz ein Stuntbild. Er war jetzt nicht so close, muss man sagen. Ich wollte ihn hier. Ich bin ein Wubble. Ja, sehr gut. Ich hab's leider mitzutreffen, sonst könnte ich dir helfen kommen. Äh! Ringer, töte ihn, das stelle ich noch. Ah, da kommt ein Vogel mit 300 kmh. Was ist der Hilfe? Ja, ne? Joa, und was ist sonst so? So ein katastropholler Nisch-Fall gerade. Ich weiß nicht, ob der hier was gegen Fische hat, aber der sich schaut, was mich gerade deleten. Der hat mir gerade in 2,2 Sekunden 2000 damage gemacht. Und ich hab gehealt. Sag ich, die Leute schreiben mir mal, Maxi, hör mal auf, dich von Johnny boosten zu lassen. Also, ich glaube, unsere Win-Rate ist bei 17% oder so. Ja, das Boost-Argument zählt nicht. Oh, guck mal, da hast du die Honor bekommen. Ja, weil ich einfach sick bin. Wow, die besten Stats von allen. Nur halb so auf tot. Gut.